Augenblicke, los! Ein Bombenstart von Philips Mietz. Was für einen Start? Was für einen Start hat das Spiel gemacht? Ja, Philips Mietz. Was für einen Kompromiss machen. Das ist ein super Fan auf der Vier. Und da bin ich mir sicher, wird der noch was suchen, den ein oder anderen Satz gut zu machen. Aber vorne raus, und davon Philips Mietz. Das ist ein super Fan auf der Vier. Wir haben das Problem, dass die Räder zu viel durchdringen hier um da. Er sagt, dieses Auto ist so gut, das kannst du nicht ziehen. Der Wind hat sich gedreht. Der Wind hat sich gedreht. Ich darf es so sagen. Kevin Peters am 2. Kommt mit seinem Timo-Fehler auf der Vier. Da kommt vor zu bezeichnen. Du so an Bremsen auf der Vier dann Catalunyaguimi von Schlacht-Felsenbaut. Karapnet hier im Platz. Die Vier, aus Polen City. ду tới offen das Spoll. Untertitelung des ZDF, 2020